Wollte der, ähm, wollte der zum, zum Stadion und, äh, ja, und das wollte der dann in einer Viertelstunde und, ja, da habe ich dann zu ihm gesagt, so nach dem Motto, isst eben nicht, ne, können sie vergessen. Oft kriegst du dann auch, auch die Frage, äh, Entschuldigung, kennen sie sich hier aus und dann weißt du immer schon, ja, ja, weißt immer schon Bescheid. Ne? Ja. Ja, ja. Das mit der Hähnchenbruch, das war jetzt, äh, Spaghetti. Es kann auch gut sein, dass du erst ab zwölf Mittag kriegst, weil das jetzt noch Frühstückszeit ist, ne? Da fürchte ich. Ja, wollen wir da mal gucken? Ja, dann gehen wir da mal gucken. Dann gehen wir da mal gucken. Ich habe einfach mal gucken. Ich habe ihn, ich habe. Ich habe ihn, ich habe gesagt, ich habe, ich habe nichts mehr, ich hätte seine Filme gefunden. Ich habe ihn, ich habe, zu um, du hast eine Filme gefunden. Du bist das, ja, ich habe noch, du hast, wirst du auch da auch, oder? Die will das auch, du gehen, du bist der, ich mache. Also, wir haben das, der, du hast ja auch, du hast ja auch, du hast ja auch. Ja, ich denke mal schon, dass... Ja, da. Ja, das ist immer gut. Und dann nehme ich... Das ist mit Rindfleisch, Bolognese, oder wie heißt das? Lassagne. Da. Haben Sie schon geöffnet? Ja. Auch Mittagstisch? Mittagstisch, der ist nur hier, ne? Bis Januar. Aber ist ja gleich hier, genau. Er hat schon so Hunger. Ja? Ja, dann machen wir das. Ja. Super.